17 Jahre blondes Haar! 17 Jahre blondes Haar! Ach ja genau, du bist ja so ein blondes Haar! Ich hab's vergessen! Du bist ein Dinger, ne? Was? Ich? Ja, ein Dinger! Ja, ein Glatzkopf eher! Skinhead! Ja, Hautkopf! Blonde Haare, blonde Augen! Was? Blonde Augen? Was? Welche Augenfarbe hast du blond? Blondes Haar, blonde Augen! What the fuck? Blaue Haare, blonde Augen! What? Ich bin anti-arisch, ich hab blaue Haare und blonde Augen! So ein Anime-Charakter! Oh man! Nur mit Vögeln zu tun, ja! Dann bekomme ich nochmal Left 2? 46? Jep! Oh man, geil! Ein Level von der Schmerz noch, mit 450 auf dem ersten Skill! Muss man, muss man ein Ding anschreiben, wann... ...den alten brauchen Burst-Mode-Item! Burst-Mode-Item gibt's erst ab 65, Dinger! Nicht 46! Jaja, aber ich brauch das Item! Was ist denn das? Furious Claw? Ach, Sodom und Gomorra! Und das ist ja genau so! Dunm...Gemorra! Und Gomorra! So dumm und Gomorra! Oder so! Hat diesen da zu beantwortet für... ...mein! Ja, für den Krieger-Ramon! Chaos-Ramon! Der gleiche nur in Rot! Genau! Und geiler! Ja! Sieht cooler aus! Macht aber trotzdem keinen Spaß zu leveln! Ja, macht keinen Schaum! Aber schaut geil aus, ey! Komm! Sieht gut aus, genau! Nur zum Anschauen! Genau! Hab ich ja auch! Gibt ja auch Digimon, die ich einfach nur zum angucken hab! Ähhhhh... Seraph-Mode! Ich hab auch einen Digimon nur wegen dem Namen! Genau! Oder halt Tracker Wasteland, wenn man im Gust hat! Mein Taubst, muss ich auch noch leveln! Ich hab auch so viel zu leveln eigentlich! Ja, ich muss meinen Klein-Stein noch Dingens-Herstes! Ja, wir haben alle so Puckerweil auf! Bäm! Meins, Alter! Jetzt hab ich mal was geklaut! Wie too long distance, Alter! Der steht direkt daneben! Wichser! Der Leck ist weg, ne? Dass er irgendwie langsam nicht mehr zuhaut oder so! Jo! Wenn ich jetzt etwas... Hat ja auch nur 8 Monate gedauert oder so! Ja, ich hab Hoffnung in das Spiel! Das Spiel ist ein bisschen langsam! Ich hab irgendwie das Gefühl, bald kommt extra noch bald! Ja! In den nächsten 4 Jahren denke ich auch, dass Examon kommt! Also ich hoff's dir nicht! Die werden Examon niemals rausbringen! Ich hab die Hoffnung schon aufgegeben! Dann wenn's rauskommt... Dann feiern das alle ab! Ja, das... Examon wird... Vor allem ist das das Schwächste der Juguris, weißt du so! Was noch? Ja, was sieht am geilsten aus! Ja! Das sieht am geilsten aus, genau! Das Schwächste ist es nicht! Doch! Nein! Es ist schwächer als Silphi und... Dinge Chakumon! Es ist nicht schwächer als Silphi, Mann! Doch! Silphi macht mit F2... Ja, das soll das schwächste Juguris sein! Es hat den schwächsten normalen Attack und so... Aber sein F2 macht auch schon über 10.000, soweit ich weiß! Echt? Und den... Ja, von Silphi macht der grad mal 6.000, 7.000! Ja, ich hab gehört, der kommt kein bisschen an die anderen ran! Sein F2 ist dieser fette Laser! Der macht... Glaub ich über 10.000, 12... Haben aber lange Cooldown! Ja, weißt du schon wieder Falschinformation, Mann! Echt? Ja? Ja, die Informationen sind zwei Jahre her, Alter! Ich bin doch falsch informiert! Ehrlich, ey! Ich hab gestern noch nachgeschaut, weil ich wusste du was um sowas fragen! Genau! Wahrscheinlich nicht! Ja! Du bist Musa, Alter! Du bist so... Voll dreist! Du hast wahrscheinlich jetzt gerade die Internetseite offen, so! Was? Nein! So, nur um den Pyram jetzt eins auszuwischen, so! Ja, okay! Wegen sowas würde ich schon machen, ja, das stimmt! Sag ich ja! Bah! Bah! Alter! Boah, GGmon ist endcool! Ich muss jetzt nur noch Botamon leveln! Mein F2 ist richtig cool! Dann dafür brauch ich wieder ein Digimon Archive! Also wenn ihr Digimon Archive habt... Ja, das war klar! Ja, das war klar! Fakt, das kommt ne Folge zu spät! Aber das hab ich ja gestern schon in der LOL-Aufnahme gesagt! Alle bitte Hashtag ich muss mal! Damit könnt ihr dann Musa anschreiben! Man kommt eigentlich immer die LOL-Aufnahme! Freitag! 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 Jeden Freitag nur einer? Jo! Oh, was für ein Scheiß-Channel, man! Smaul! Muss auch nur arbeiten, Alter! Wir haben nicht so unendlich viel Zeit, so wie du Hartz-IV Junkie! 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 Junkie's not! Okay, der Junkie stimmt nicht! Sorry! Ey, ich bin suchend, ja? Ja, ja! Das sagen die ganzen Hartz-IVler auch! H4? H4? H4 oder? H4N1, kennst du das nicht? Vogelgrippe, Alter! Das ist macht mich fertig! Levelt schneller! Auf 3%, dann habe ich meine F2! Ey, ich bin dabei! Habt ihr noch Booster? Äh, 12 Minuten! Ja, 6 Minuten! Ich habe 8 Minuten! Soll ich dann auch noch einen einsetzen? Nein, brauchst du nicht. F2! Ich mein 20! Brauchst du nicht! Ich brauch nur eine Stunde Aufnahme! Ey, ganz ehrlich, ich bin heute so müde! Fertig? Fertig mit der Welt? Ich hab 6 Stunden, weißt du was ich gemacht hab? 6 Stunden in Minecraft irgendeinen Scheiß abgebaut, Alter. Wieso? Ja, weil ich Terraforming mache, weißt du? Aber so ein ultra großes Gebiet Das ist nicht lustig Ja, Digga, ganz ehrlich, kauft mir das Spiel Bespiel zusammen, Digga Ach fuck, ich hab vergessen, du bist ja ein Harzer Ja, wirklich genau Kommt mir meine Medica mit, wie du das heißt Bitte her stecken uns, ich geh euch meine Adresse Schmeckt mir Geld Mongol muss er wohl eher, Alter Wo bist du, wenn man dich braucht? Nein, Alpen spielt gerade mit einer Freundin Oder anderer Freundin Der gönnt dich richtig Weißt du, gestern, gestern sagt der Vogel noch so Gestern sagt der Vogel mir so noch so Ja, ich kann heute nicht, lass morgen machen Ich so, alles klar, machen wir halt morgen, verschiebe ich halt Aufnahme-Session, kein Thema Ich bin ja ein Netter, weißt du so Und gerade, ich schreib ihn so gerade an Was ist los, Aufnahme? Der so, fuck, hab ich vergessen, ich spiel grad mit einer Freundin Okay Er ist wahrscheinlich ein nimmer Freundin Ja Ach so, ich komm mal vorbei, mach So ein durchgebrochenes Herzchen Gegen Garter macht keinen Spaß Wo ist einer klein? Ja, ne? Da muss jemand was kompensieren Deswegen hab ich nen Ggmon, weißt du, ich brauch nix Boah, deiner ist richtig schön klein, Mann Ja, weil ich nichts zu kompensieren habe Lüge Hörst du das hier so? Fuck Meine Nase ist zu lang geworden Oh Mann Voll gegen Bildschirm und so So hab ich nicht einfach geschrieben, tut mir leid, ich bin heute krank carpock Oder zu den Film, ich kann heut nie Du hast ja noch nicht mal geantwortet Ich schreib den so an... Kommst du, aufnahme...? Du hast es geschrieben, kommst du, offenhaft Aber du hast es geschrieben Ich bin online, um 21.21 Uhr Ich moine den Dinge in, in Hearthstone du wichser Hab ich nicht bekommen du ey Hab ich nicht bekommen...? Ach warte warte, dann schau mal zu meinem Handy und sag jetzt, live hast du mir alles geschrieben Ich versuchte Ach ja, alles klar Wo bist du, wichser 20 Uhr 52 Uhr so beim TS, 20 Uhr 22 Uhr kommst du Aufnahme, dann 20 Uhr 21 Uhr 30 komm bitte Aufnahme, ohne dich habe ich keine Zuschauer, 21 Uhr 40, 21 Uhr 37, bitte komm ich flehe dich an, ohne dich verdiene ich kein Geld, ich muss leiden. Jojo, genau, du bist so ein Mongo alter, aber ey, er hat recht, das steht da voll, weil ich gerne steht da da, ja, ich verstehe Musa, Musa liegt nie, ich schicke euch sogar Chat voll auf, das steht da wirklich, könnte Musa schon vertrauen, Fasti, dude. Vor allem antwortet er nicht mehr, weißt du, der liest das, so guckt sich das an und denkt sich so, ja, du kannst warten, du Fotze. Kannst warten, du Fotze. Ja, der ist so ein Überraschungszeit, du weißt nicht, ob er jetzt kommt oder nicht, das ist ja das Wusste daran. Jo, das ist wie bei dir beim Sex, ne, Überraschungszeit. Ja, da weißt du auch nicht, ob er jetzt kommt, da ist immer so ein Lack, weißt du, kann sofort kommen, kann auch gar nicht kommen. Kommt niemals, nämlich zum Zug, ha ha ha, ha ha. Boah, ich muss so viel Rändern und so, boah.